Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurech und Terra, dem kommenden Next-Gen-Action-MMORPG von Bluehole Studio. In diesem Video möchte ich euch die Charakter-Creation näher bringen, ich zeige euch die Rassen, die verschiedenen Klassen kurz, ich gehe darauf ein, wie man dann noch weiter in seinen Charakter gestalten kann und das war es dann auch schon, dann wäre die Charakter-Creation beendet und das wäre es dann auch schon in diesem Video. Also fangen wir einfach mal an, sieben Rassen sind es und natürlich immer mit von der Partie sind hier die Menschen, gibt es natürlich in männlich und in weiblich auch, sehen ganz schick aus. Dann haben wir die Kastenik, sind auch noch menschenartige Wesen mit einem Touch von Dämonen, sehen auf jeden Fall recht cool aus, gerade die Frauen sehen doch echt freizügig aus und naja, die sehen schon recht fies aus und ich denke mal, die werden oft gespielt werden. Dann haben wir die Aman, das sind schon, ja ebenfalls dämonartige Wesen, sehen ziemlich breit und gefährlich aus, auch die Frauen sind nicht zu unterschätzen. Die Rasse ist gerade der Sklaverei entkommen von den Riesen und wollen die natürlich verteidigen, stehen ziemlich aufs Kämpfen und ja, sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus, gerade die männlichen. Dann haben wir, ja, ein paar eigenartige Rassen auch damit, sind halt die Asiaten und hier haben wir die Popori. Ich denke mal, viele Weibchen, viele, was sind Weibchen, viele Frauen werden natürlich davon angetan sein, denn man kann die auch in Katzenform, Hasenform und sonst was spielen, die sind auf jeden Fall ziemlich putzig aus, sind auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Gibt es hier von anscheinend nur die eine, das eine Geschlecht von, wahrscheinlich jetzt hier männlich soll das alles immer sein. Dann haben wir die Erschaffer dieser Rasse, nämlich die Elin oder Elin, wie auch immer das genau ausgesprochen wird und das sind halt kleine Kinder, die aber halt keine Kinder sind, sondern hier steht es auch Never Aging. Ja, die werden einfach nicht älter, sondern sehen immer noch so aus. Ach, die Aussehen ist natürlich ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man das noch mit höherem Alter als man spielen sollte, ohne sich da irgendwas hinterfragen zu müssen. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Hier sind die Baraka, die sind definitiv ziemlich cool, steinartige Wesen, ziemlich breit, groß und weise sollen die sein, sind auch ein bisschen friedlicher, aber können natürlich auch, wenn sie wollen, ziemlich zuhauen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Dann haben wir die Hochelfen, von denen es irgendwie komischerweise zweimal das gleiche Geschlecht gibt. Und natürlich Scherz, das sind die Männlichen und die Weiblichen gibt es natürlich auch, die sehr sexy aussehen. Die Männlichen kann man bestimmt auch gut gestalten, aber man kann die bestimmt auch sehr weiblich machen. Naja, die Rassen sind auf jeden Fall alle recht gut gelungen und dann würden wir nun zu den Klassen kommen. Dabei kann man schon mal sehr sagen, dass jede Rasse jede Klasse nehmen kann. Zum Beispiel der Mensch, ist klar, kann alles nehmen. Dann gehen wir einmal zurück, aber auch ein Popori, ein süßer kleiner Bärchenhase, was auch immer, kann ebenfalls alles sein. Auch ein bösartiger Berserker, wie auch immer. Das gibt es auf jeden Fall und naja, wir schauen uns einfach mal die Klassen etwas genauer an. Hier fangen wir einfach mal an mit dem Krieger. Der Krieger ist ein Evasion Tank, kann aber auch noch DPS sein, trägt mittlere Rüstung und soll recht interessant und auch, wie hier steht, schwerer zu spielen sein. Er schlägt halt schnell zu, ist sehr schnell und weicht halt hauptsächlich dann eben aus. Das macht ihn dann eben als Tank aus. Das reicht dann eben besonders. Dann haben wir hier den Lancer, das ist ein typischer Tank, wie man ja auch hier sieht. Okay, also an dem Popori sieht alles immer ein bisschen komisch aus, aber man sieht ja Schild, dicke Rüstung. Das ist hier so ein Absorption Tank, der hält ordentlich viel aus, kann halt blocken und so eben auch gut Schaden zurückhalten. Dann haben wir den Slayer hier, hier steht er auch im Burst DPS, hat halt auch nur mittlere Rüstung, Melee und da ist eben auch einer, der sehr viel Schaden im Melee fährt. Auch sehr schnell und macht eben viel hohen Schaden auf einmal. Dann haben wir den Berserker, auch Burst DPS, hat aber jetzt auch stärkere Rüstung und kann auch blocken ebenso, verliert aber eben Mana dadurch auch, wenn er dann eben nicht attackt. Dann den Sorcerer, ist natürlich klar, immer eine Magie Klasse auch dabei und der Sorcerer ist eben auch typisch, ist halt ein Nuker High Damage, Burst DPS und leichte Rüstung. Dann haben wir hier den Archer, der ist eben auch, Sustain DPS steht hier, der ist halt ein Kiter und ja, stresst einfach den Gegner immer wieder mit Attacken, hat eben keinen richtigen Burst DPS, sondern attackt einfach schneller und dadurch macht er eben den Damage wieder wet. Dann haben wir den Priester hier, der Priester ist halt der Main Healer überhaupt und ja, viel gibt es eben nicht zu sagen. Dann ist halt ein Priester, der heilt halt ziemlich viel. Dann haben wir hier noch den Mystic und das sind halt Support Healer, können aber auch noch Sachen beschwören, können auch, haben sehr gute Kontrollfähigkeiten und sollen auch schwer zu spielen sein. Naja, das waren dann eben die Klassen. Dann gehen wir aber einmal jetzt zurück, kurz nochmal und suchen uns mal eine vernünftige Rasse aus. Vernünftig ist natürlich immer Ansichtssache. Nehmen wir einfach auch hier mal den Krieger, denn jetzt kommen wir hier zu, den Charakter genauer zu gestalten und da wollte ich jetzt ungern ein Propori für nehmen, weil da es einfach nicht wirklich so viele coole Sachen gibt. Falls ihr interessiert seid an Terra, dann könnt ihr das bei unserem Partner MOGA schon vorbestellen, sowohl die normale Edition als auch die Collectors Edition zum günstigen Preis. Schaut einfach mal vorbei, der Link steht in der Videobeschreibung, geht alles fix und super dort zu bestellen und ja, wollte ich einfach mal kurz anmerken. Gut, also den Menschen erstmal kann man hier frei schwenken, man kann drehen und dank der A03 Engine sieht das alles doch wirklich ziemlich nett aus. Okay, ich betrachte gerade einen jungen Burschen, vielleicht sollte ich meine Wortwahl ein bisschen zügeln. Naja, wir haben hier halt dann verschiedene Presets erstmal, Vorlagen, da kann man auch schon mal auswählen. Und ich finde, die Menschen sehen auch hier eigentlich insgesamt ganz cool aus, definitiv nicht irgendwie zu asiatisch. Die kann man auch ganz schön böse und cool gestalten, wie ich finde. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Modelle. Dann haben wir hier die Features, da fallen zum Beispiel Haare drunter, aber auch zum Beispiel bei den Armani die Hörner, da würde halt sowas drunter fallen. Ich glaube, bei den, ähm, bei den Popuri waren es dann eben hier, ob man Katze, Hase oder so sein möchte. Und hier haben wir dann eben Haare, auch die Haarfarbe fällt hier drunter. Das wäre halt bei Features. Ja, das sieht auch zum Beispiel sehr elegant aus. Sollen wir uns mal so ein güldenes Haar machen wir hier. Sehr hübsch. Den lassen wir doch. Ja, das finde ich gut. Dann geht es weiter nach, ähm, zum Gesicht. Ist natürlich dann hier eben, zum Beispiel die Gesichtsbehaarung, bei anderen sind das glaube ich auch Tattoos oder sowas. Obwohl, ne, das kommt erst hier unten. Also das hier ist Gesichtsbehaarung und eben die Charakterzüge. Kann man jetzt doch hier so eine coole Behaarung machen. Da, das sieht doch alles schon recht böse immer aus. Außerdem auch eben die Hautfarbe, die können wir uns hier einstellen. Dann haben wir die Adornments, was auch immer das Wort eigentlich heißt, weiß ich gerade gar nicht. Da drunter fallen zumindestens Tattoos, Make-up und eben diese Adornments. Ähm, zum Beispiel bei den Armani konnte man noch so, ähm, Masken dann haben. Und hier fallen dann eben Tattoos und sowas drunter. Ja, wie man ja auch sieht oder eben so, ist das ein Tattoo oder noch eine Narbe? Ich glaube, ein Tattoo ist das normal. Dann haben wir die Feindetails. Da können wir dann halt wirklich viel machen. Und ja, so einen Charaktereditor hätte man sich doch zum Beispiel bei Star Wars World Republic schon gewünscht. Hier kann man wirklich sehr viel einstellen. Also von den ganzen Knochen, die wir hier einstellen können, bis hin dann eben zu den Augen. Können wir auch eben hier alles einstellen. Guck mal, wie der guckt. Das ist super. Ja, oder er schläft halt die ganze Zeit, wie wir das eben wollen. Können wir wirklich sehr viel einstellen. Nase, den Mund, die Ohren. Ja, sogar die Rotation von den Ohren, wie in welchem Winkel die stehen. Also sehr viel können wir hier machen. Dann Outfit. Hier können wir einmal schauen, wie unser Charakter wahrscheinlich später ungefähr aussehen wird. Können also so mittlere Rüstung. Schon im höheren Level die Rüstung uns anschauen. Ist doch echt cool einfach aus, finde ich. Die Grafik macht schon was her. Oder halt im höheren Level. Auf jeden Fall alles sehr nett gemacht. Schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Dann haben wir am Ende noch die Voice. Da können wir uns dann eben die Voice auswählen. Damit wir vielleicht nicht immer so genervt sind, wenn die Leute attacken. Gerade bei manchen Frauenstimmen ist das recht wichtig, sage ich einfach mal. Dann haben wir hier den Namen. Da können wir jetzt irgendwas einwählen. Auswählen. GTTK. Ganz cooler Name natürlich. Geht natürlich nicht, weil ich das groß geschrieben habe. Und ja, das wäre es dann eben. Dann könnten wir finishen. Und das wäre dann eben die Charakter-Creation gewesen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick hier reinbekommen. Ich wollte natürlich alles nicht zeigen. In den nächsten Videos kommen ebenfalls so kleinere Infos zu den bestimmten Spielemechaniken über die verschiedenen Beta-Phasen hinweg. Also bleibt dran. Abonniert uns, falls ihr interessiert seid an Terra-Videos. Und ja, man sieht sich. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.